Klauenverletzungen bei Zuchtsauen stellen in vielen Beständen ein nicht erkanntes, aber beträchtliches Problem dar. Oft werden sie unter dem Sammelbegriff Fundamentprobleme erfasst und nicht als eigene Abgangsursache erkannt. Neben der regelmäßigen Klauenkontrolle kann die Abgangsrate durch Klauenpflege und durch die entsprechende Behandlung von Klauenverletzungen wesentlich gesenkt werden. Faktoren wie Haltungstechnik, Fütterung oder Züchtung haben ebenfalls Einfluss auf die Klauengesundheit beim Schwein. Diese Faktoren gilt es zu analysieren und zu optimieren. Dieses Video wird Ihnen dabei helfen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017